Das ist mein Freund, Martin. Ist mir eine Freude, Mr. Gallo. Ist mir auch eine Freude, Martin. Dad, ich hab dir doch erzählt, dass Martin Musiker ist. Ich spiele Banjo. Wie Kermit der Frosch. Mr. Gallo? Ist Ginny daheim? Sie hat mich verlassen. Irgendeine Idee, wo ich sie finden kann? Die Adresse kenne ich nicht, aber war schon mal da. Kannst du dir was anziehen und mich hinbringen? Du weißt, wo wir hinwollen, also fährst du. Eigentlich fahr ich überhaupt nicht. Wir lieben Ginny. Einige von uns liebten sie etwas zu sehr. Was? Ein unbenannter Herr wollte Sex mit ihrer Tochter. Okay, wir sollten gehen. Hey, kann ich mitkommen? Denkt ihr, dass sie gekidnappt wurde? Also was genau tun sie denn jetzt eigentlich? Wir haben Witze gerissen, sie wären Waffenhändler. Ich bin ein Beschaffungswesen. Achtung! Es war echt unglaublich. Und ich plötzlich... Achtung! Du hast mir das Leben gerettet. Ginny taucht schon auf, Mr. Gallo. Nenn mich Frank. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Das ist eine wirklich miese Idee. Vielleicht steckt meine Tochter ja in Schwierigkeiten. Rein hier. Wir haben jetzt Tag und Nacht nach Ginny gesucht. Mussten vor der Polizei abhauen. Ich brauche wirklich keine Zusammenfassung. Ich war dabei. Scheiße passiert jeden Tag. Ihr kennt doch diesen Film, äh, John Wayne. Das hier ist kein Film. Das ist das Leben. Gute Arbeit, Jungs. Würden Sie bitte irgendwas posten, das... Ist schon erledigt. Sie meinen, Sie haben was? Hab's getwittert. Alter Kerl mit Glatze und unheimlicher Typ. Hashtag Kostprobe. Hashtag Denkbar. Wimbo TV Wimbo TV